Also hallo, guten Morgen, wir sind da, wir sind sowas von ready jetzt. Wir starten mit unserem Transform-Up und dann geht es gleich ins Gesangsteil. Bei dem Gesangsteil braucht ihr alle ein kleines Stück Papier, so wie die letzten Wochen, also nur zu groß. Könnt ihr vielleicht schon mal die Eltern fragen, ob die das schon mal vorbereiten können. Das wäre super. Aber jetzt, wir tanzen eine Runde. Also, wir machen uns warm. Bereit. Okay, erstmal in den Kopf. Nach unten, nach oben. Und jetzt rechts und links. Und jetzt diagonal. Noch viermal. Und jetzt Kopf im Kreis. Andereckstor. 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 Wee. Schurzel hoch. Und runter. Hoch. Und runter. Schneller. Erstmal rechte Schurzel. Rechts. Links. Rechts. Runter. Links. Runter. Und nochmal. Und schnell. Hoch. Hoch. Runter. Runter. Wir probieren jetzt noch schneller. Hoch. Hoch. Runter. Runter. Hoch. Runter. Runter. Zwei. Okay. Gut. Knie kommen mit. Wir rollen nach vorne. Und vorne. Und vorne. Und vorne. Und vorne. Hüfte. Jetzt den Hinten. Schleller. Hüfte. Langsam. Langsam. Und schneller. Und in Kreis. Andereckstor. Wee. Nochmal. Okay. Wir springen. Füße ausatmen. Wir drehen uns in die Richtung. Andere Richtung. Das gleiche. Mit vier Sprünge jetzt. Eins. Zwei. Drei. Vier. Eins. Zwei. Vier. Eins. Zwei. Vier. Eins. Zwei. Jetzt in zwei. Eins. Zwei. Eins. Zwei. Eins. Zwei. Noch mal zwei. Okay. Jetzt nur eine. Eins. 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 Wir probieren schneller. Weitere. Okay. Wir springen jetzt. Okay, wir gehen tief runter, ziehen und hoch, runter und hoch, wir bleiben unten, wir krabbeln nach vorne und wir bleiben in unserer Liegestützposition. Also nicht vergessen zu atmen und lächeln. Cool. Super. Von da, wir gehen runter auf die Knie und wir machen ein Stretch nach hinten, ich drehe mich seitlich um, dann seht ihr mich, ich setze mich quasi auf meine Füße, lege meinen Kopf auf den Boden und chill mal ein bisschen. Ah, schön. Von da, kommen wir nochmal auf die Knie, also ich bin so in einer Vierfüße-Position wie ein Tisch, ich mache meine eine Beine lang. Ich bringe das wieder runter und jetzt das andere Bein hoch, ganz lang, Fuß auch ganz lang und runter. Und runter. Von da mache ich ein Bein und das Gegenarm. Arm hoch. Ich wechsle, ich wechsle, ich wechsle, Bein und mein Arm. halten, 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 alles ganz lang und runter. Und runter. Dann gehe ich auf die Füße, ich strecke meine Beine und versuche mit meinen Händen oder meine Fingespitzen, dass ich auf den Boden komme. Uh, Stretch, Stretch, Stretch. Und runter. Und runter. Ich wechsle jetzt langsam hoch. Mein Kopf ist das Letzte, was hoch ist. Uh. Schön. Okay. Lass uns jetzt unsere Gesangsübungen machen. Das heißt, wir müssen jetzt alle ganz entspannt stehen. Meine Füße sind genau unter meine Hüfte oder unter meine Schulter. Ich rolle meine Schulter nach hinten, um zu gucken, bis ich hier ganz entspannt bin, denn alles offen. Mein Nacken ist auch ganz relaxed, also nicht angespannt. Okay. Und erstmal einen schönen Gesichtsmastage. Und jetzt breit. Super. Jetzt holen wir unser Stück Kaugummi. Also wir stellen uns vor, wir ein Stück Kaugummi haben. Wir stecken das rein. Und kauen. Gerne mit Geräusch. Es ist ziemlich schwierig zu kauen. Auf die linke Seite. Auf die rechte Seite. Und stellen wir uns jetzt vor, wir spucken unsere Kaugummi raus. Bereit. Und. Ja. Ich hab's geschafft. Wir sind jetzt in den Mülleimer. Wuhu. Okay. Von da. Wir atmen jetzt. Das heißt, wir atmen durch die Nase ein und durch den Mund aus. Okay. Ganz entspannt. Einatmen. Und aus. Nochmal einatmen durch die Nase. Und aus. Aus. Noch einmal. Und aus. Jetzt. Fast dasselbe. Aber dazwischen halten wir die Luft an. Das heißt, wir atmen ein. Wir halten für fünf. Und dann müssen wir alles aus. Ja? Okay. Einatmen. Ausatmen. Nochmal. Und einatmen. Ausatmen. Nochmal. Mal. Sehr gut. Jetzt einfach einatmen, wir nehmen die Schulter dazu, nach oben und ausatmen, Schulter nach unten und die Knie auch. Ja? Okay. Alle zusammen. Alles ganz floppy da unten. Nochmal. Einatmen. Ein letztes Mal. Einatmen. Gut. Super. Jetzt brauchen wir unser kleines Stück Papier. Ja? Falls ich noch nicht eins habe, könnt ihr jetzt schnell eins holen. Und ich sage euch, was zu tun ist. Ihr braucht jetzt eine flache Fläche. Ich habe hier so einen wunderschönen langen Spiegel. Aber bei euch könnt ihr wahrscheinlich der Wand nutzen oder hinter eine Tür. Ist egal. Einmal eine flache Fläche. Ja? Oder ein Fenster vielleicht. Okay. Und wir halten unser Stück Papier direkt vor unserem Gesicht. Vor meinem Mund. Und ich lasse hier so die Breite von meiner Hand dazwischen. Also nicht zu nah stehen. Dann auch nicht zu weit weg. Ja? Ungefähr die Breite von meiner Hand. Ich atme ein. Und puste jetzt auch mein kleines Stück Papier und versuche, dass mit der Luft mein kleines Stück Papier bleibt hier hängend auf der Wand. Ja? Bis ich keine Luft mehr habe und es fällt dann runter. Ja? Macht direkt mit. Einatmen. Ja? Jetzt mal ein Stück Papier unten auf dem Boden. Aber der Trick ist, nicht alle Luft direkt am Anfang, also rauskussen. Man muss das kontrolliert machen. Das heißt, ein bisschen raus. Nur genug, um das Stück Papier da zu halten. Ja? Lass uns das direkt nochmal zusammen machen. Okay? Einatmen. Wow! Da war ich nicht so gut. Ich habe zu viel am Anfang rausgelassen. Aber, das schafft ihr ihr alleine. Ich zähle für euch. Okay. Ziel ist 8 erstmal. Okay? Wir fangen bei 8 an. Also ihr versucht für 8 Sekunden lang ein Stück Papier hier oben zu halten. Okay? Ich zähle für euch. Wir stellen uns hin. Ganz entspannt. Wir atmen ein. Und auspusten. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Hat es geklappt? Ja? Bis zum 8? Super! Wollen wir direkt bis zum 10 probieren. Das ist eine Herausforderung. Okay. Aber das schaffen wir. Ja? Ganz entspannt stehen. Ja? Ganz entspannt stehen. Konzentriert euch. Lasst erstmal eine Luft raus. Und jetzt einmachen. Los geht's. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Okay. Ja? Cool. Super. Also diese Übung könnt ihr immer wieder zu Hause üben. Also ganz leicht. Du musst nicht da so viel lahm machen. Also so eine schöne Übung für zu Hause. Okay. Dann. Lass uns jetzt ein bisschen Ton arbeiten. Das heißt, wir machen erstmal nur auf A. A, 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 I, 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 I. Okay? Und wir werden jede Stufe ein bisschen höher gehen. Also müssen wir einfach nur folgen. Wir machen quasi acht insgesamt. Und wir gehen ganz nach oben und dann ganz nach unten. Okay? Das heißt, A, 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 I, 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 I. Okay? A, 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 I, 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 I. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Und wir müssen unsere Bauchmuskel da auch ein bisschen nutzen, um unsere Atmung zu unterstützen. Aber jetzt machen wir quasi ein Slide. Das heißt, wir fangen tief an, wir gehen hoch und wieder nach unten. Ich mache ein Beispiel für euch vor. Wir haben auf A. A. Ja, habt ihr gehört? Das war so eine Welle. Hat tief angefangen, geht in die Höhe und dann wieder nach unten. Ja, und das hilft euch. Ihr könntet mit der Hand das auch mitmachen. Ja, machen wir zusammen. A. Nochmal. Und A. Lass uns jetzt auf U probieren. Ich finde U ist auch immer ganz schön. Mit U. Ja. U. Ja, von tief in die Höhe, wieder tief. Nochmal. U. U. Noch einmal. Und. U. Sehr schön. Cool. Okay. Wir spielen jetzt mal ein Lieblingsspiel. Oh, einer von meinen Lieblingsspielen. Wir zahlen bis fünf. Wir fangen bei eins. Eins, zwei, eins. Eins, zwei, drei. Zwei, eins. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, vier. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Also jedes Mal einen Stufen höher. Ja? Und das mit einer Ton. Okay? Mach direkt mit. Okay? Wir haben eins, eins, zwei, eins. Eins, zwei, drei, zwei, eins. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, vier, fünf, vier, drei, zwei, eins. Und jetzt ein bisschen Höhe. Und eins. Eins, zwei, eins. Eins, zwei, drei, zwei, eins. Eins, zwei, drei, vier, drei, zwei, eins. Eins, zwei, drei, vier, fünf, vier, drei, zwei, eins. Noch ein Stück Höhe und 1, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Jawoll! Super! Sehr schön! Der letzte Spiel für heute bei unserem Gesangstyle. Und das ist eher was für unsere Zunge. Also, blablabla, sei bereit. Wir haben, wir müssen nur von 8 Runde zählen können, ja? Und jedes Mal mache ich einen Shake mit meiner rechten Hand, linker Hand, rechter Bein, linker Bein. Ja? Okay, wir fangen jetzt an. Das geht ziemlich schnell, also sei bereit. Okay, und 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 1, 5, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1! Uuuuh! Geschafft! Super! Super! Okay, jetzt tanzen wir. Unsere kleine Choreografie haben wir die letzten zwei Wochen auch gemacht. Also das heißt, ich würde jetzt alles wiederholen und jetzt ein kleines neues Stück daran hängen. Das heißt, unsere Musik ist für heute wieder Regenbogenfarben. Und das ist wieder von Kids Bob. Ja, Regenbogenfarben. Genau. So geht's los. Am Anfang, wir stellen uns vor, wir haben alle hier schöne Farbe auf unsere Hände, auf unsere Finger und wir malen den ganzen Raum voll. Ja, wir stellen uns vor. Ja, okay? Das heißt, ich könnte hier so eine große Wolke malen. Ich könnte hier die legen und jetzt die Sonne, es scheint hier oben. Ja, und dann geht die Choreo los. Also der erste Intro, das ist eure Zeit, ein bisschen zu improvisieren. Ja? Wir stehen also leicht schräg. Ja? Also leicht diagonal. Und ich gehe nach unten und ich mache quasi eine Rolle mit meinen Armen. Von tief unten bis nach oben. Ja? Hui! Und guck, meine Füße sind quasi zusammengeklebt. Ja? Da. Ich bin nach oben gerollt. Dann mache ich meine Füße auf. Und ich gehe von hier tief unten. Und ich mache quasi hier eine große Regenbogen. Ja? Von hier unten. Oben. Und dann gehe nach unten. So einen großen Halbkreis. Dann, ich gehe komplett unten. Ich schließe meine Füße zusammen. Und dann springe ich auf meine Füße quasi. Und ich halte hier oben. Und gucke oben zu meiner Hand. Ja? Und dann gehe ich auf die Knie. Ja? Easy, oder? Wir holen das einmal. Wir stehen hier leicht schräg. Füße zusammen. Ja? Ich roll von oben nach, von unten nach oben. Ich male ein Regenbogen. Ich gehe unten. Ich spiel auf. Und balanciere hier. Und dann springe ich auf die Knie. Von da. Ganz easy. Ich mache meine eine Arm rüber. In einen großen Kreis. Und dann zahle ich. Ganz leicht. Ja? Dann mit meinen Armen, meine hinteren Armen zuerst, mache ich Schmetterling, Schmetterling. Und schaue draußen ganz weich. Ja? Also nicht hart. Ganz weich. Ja. Wir wiederholen. Leicht schlägt. Füße zusammen. Ich schraube hoch. Mal ein Regenbogen. Und springe auf. Hals kurz. Auf die Knie. Ein Kreis. Sch. Schmetterling. Schmetterling. Von da. Hier kommt der lustige Teil. Ich roll jetzt auf mein Popo. Das heißt, ich stehe vor. Ich sehe euch nicht mehr. Auf mein Popo. Ich rolle weiter. Und stehe auf. Ja? Habt ihr das gesehen? Ich war hier unten. Hab Schmetterling gemacht. Ich sitze da auf mein Popo. Ich roll weiter. Und stehe auf. Genau. Von da. Mache ich meine Arme in einen großen Kreis. Mal wieder nach unten. Okay? Nochmal von vorne. Rollen, 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 rollen. Regenbogen. Und aufwachen. Kurz halten. Auf die Knie. Kreis. Sch. Und Schmetterling. Schmetterling. Rollen auf mein Popo. Aufstehen. Kreis. Ja? Wollen wir auf Musik bis dahin probieren? Ich glaube, das ist eine gute Idee. Mit in den Tuch. Also könnt ihr jetzt einmal üben, wie ihr den Raunen schön malt. Ja? Los geht's. Die Sonne erscheint hier oben. Mit Sonnenfüller auf. Und Regen. Und ready, und. Und schon mit Regenbogen. Auf. Kinder aufgehen. Und die Leise sind. Schmetterling. Ich bin gelessen. Auch mein Popo. Aber. Ja. Direkt nochmal, oder? Und dann machen wir weiter. Cool. Dieses Mal mal ich eine Wolke. Und jetzt hier ein Blitz. Bei ein bisschen Regen. Und jetzt bin ich bereit. Oh. Oh. Hast du. Regenbogen. Schleuner Regenbogen in schwarz-weiß gesehen. Kinder, die immer so leise sind. Schmetterling. Das gibt es nicht. Ah. Ja. Cool. Also, wir waren hier. Wir haben unser großes Kreis gemacht. Von da. Wir gehen weiter. Wir gehen direkt nach unten. Und ich springe jetzt auf. Und mache meine Beine. Auf da. Ja. Und guckt, dass ihr nicht ganz tief unten geht. Hier auf dem Boden sitze. Weil erst mal Aue. Und zweitens, da komme ich schwer wieder hoch. Ja. Also von hier. Ich springe auf. Knack. Und dann springe ich wieder zu. Okay. Cool. Von da. Ganz easy. Macht auch viel Spaß. Ich drehe mich jetzt seitlich, sodass ihr das seht. Wir rollen jetzt nach hinten. Auf. Und wir gucken, dass wir erst mal gerade sind. Ja. Ich drücke mit meinem Po nach oben. Und von da. Ich fahre Fahrrad. Quasi viermal. Ja. Und da. Stehe ich auf. Ja. Cool. Das heißt, wir waren hier. Großen Kreis. Ich springe. Auch. Wieder zu. Ich gehe auf meinen Rücken. Mach mich besser ganz an. Und dann fahre Fahrrad. Eins. Zwei. Drei. Vier. Und stehe auf. Ja. Hat das geklappt? Cool. Von da. Wir machen ein bisschen weiter. Weil fünf Minuten haben wir noch. Wir wischen jetzt. Das heißt, ich wische hier nach rechts. Ich wische hier nach links. Und von da. Ich mache eine Drehung. Whee. Und stopp. Ja. Nochmal. Wisch. Wisch. Dreh. Stopp. Ja. Noch einmal. Wisch. Wisch. Dreh. Stopp. Ja. Und habt ihr gesehen, wie ich diesen Dreh gemacht habe? Ich war hier. Nach dem zweiten Wisch. Und dann bin ich auf dieses Bein gesprungen. Ja. Hier. Und dann drehe ich. Schau. Whee. Und stopp. Ja. Lass uns ein neues Teil nochmal machen. Wir waren hier. Kreis. Wir gehen unten. Wir springen auf. Wieder zu. und hoch. Vorbeifahren. Eins. Zwei. Drei. Vier. Wieder aufstehen. Und wisch. Wisch. Dreh. Stopp. Yeah. Lass uns ohne Musik alles von vorn machen. Zu gucken, dass wir das alles drin haben. Die Schritte einmal wiederholen. Und dann auch Musik zweimal. Ja. Okay. Ich rolle hoch. Ich mache ein Ring. Ich mache wieder auf. Halten. Auf die Knie. Arme im Kreis. Schmetterling. Schmetterling. Roll auf den Kopf hoch. Kreis. Und auf. Zu. Ich rolle. Und fahre von. Eins. Zwei. Drei. Vier. Aufstehen. Und wisch. Wisch. Dreh. Stopp. Jawohl. Cool. Gut. Von vorne. Diesmal. Mal für drei Wolken. Vier. Und eine große Wolken. Bereit. Füße zusammen. Aufstehen. Aufstehen. Wisch. Wisch. Zwei. Stopp. Wisch. Ja, super. Ja, super. Direkt noch mal. Die Sonne schreit. Mit seiner Sonnebrille auf. Und schreit. Und schreit. Und schreit. Und schreit. Füße zusammen. Hast du heavy. Rumpf. Und schreit. Lass den Hahn. Und schreit. Wenn bei der Träger. Das negro body. Dreh! Stopp! Ja! Super, wunderbar! Okay, ich sage, wir machen das jetzt ein letztes Mal für heute. Ich freue mich mega darauf, also jetzt mit ganz viel Kunst performen. Macht Regenbogen, macht Regen, macht Wolken, macht die Sonne. Das wird echt viel Spaß machen, also viel Spaß, Mamis, Papis, Bros, Eltern. Und los geht's mit Regenbogenfahren. Stopp! Yeah! Wunderbar! Ich bedanke mich für euch, ich hoffe, das hat euch ganz viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf nächste Woche, gleiche Uhrzeit, hier bei Unstage Kids. Juhu!